Liebe Kulturweltfreiwillige, ehemalige und aktuelle, liebe Partner, liebe Freunde, liebe Kulturweltbegeisterte. Mein Name ist Anna Feigl, ich leite den Internationalen Kulturellen Freiwilligendienst Kulturweit und ich freue mich auch dieses Jahr, viel schneller als gedacht, wieder die Weihnachtsbotschaft zu präsentieren. Wir stehen hier wieder im kühlen Berlin, es ist Nebel, aber das bringt uns nicht durcheinander, trotzdem auf ein sehr, sehr schönes, spannendes, erfolgreiches Jahr zurückzublicken. Unsere Freiwilligen haben tolle Arbeit in den Einsatzstellen geleistet, haben unglaublich vielfältige und schöne Projekte durchgeführt, an deren Ergebnissen man sich kaum satt sehen konnte. Wir hatten eine aufregende und inspirierende Fahrradkarawane durch vier Länder in Osteuropa, die mit einem rauschenden Fest in Belgrad geendet hat. Was bleibt uns da übrig, als mit genauso viel Schwung und Energie ins Jahr 2014 zu gehen, wo uns das fünfjährige Jubiläum von Kulturweit erwartet. Darauf freuen wir uns sehr. Wir freuen uns auf jegliche Kooperationen, auf Erwartetes und Unerwartetes und sind sehr gespannt darauf, auch mit Ihnen so viele Überschneidungspunkte wie möglich zu haben. Ich wünsche Ihnen allen ein glückliches Weihnachtsfest, im Kreise Ihrer Familie, mit Freunden, in Deutschland, wo auch immer Sie sind und ein gesundes, tolles, glückliches neues Jahr. Wie möglich mit uns zusammen. Alles Gute! WDR 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 Vielen Dank.